So, hallo, jeden Tag, jedem Gedicht, ich anleite euch zu meinem Buchlautsch, der 10. September 8, am Leitertalch, am Zweitenste. Jetzt lese ich das fünfte Gedicht auf die erste Brühe. Du betroffst mich mit kalten Wasser, aber ich will nicht abwachen und in der Schule. Im ersten Moment bin ich wutend, im nächsten lache ich, dazwischen tropfen mir just die Tropfen aus den Augen. Jetzt bin ich es, der Verlucht, dich wach zu warten. Ich bin es, der Verlucht, dich wach zu warten. Ich bin es, der Verlucht, dich wach zu warten.